Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner, mit zwei Clan-Mitgliedern und ja, mal schauen, wie ich mich hier so schlage, strahlende Klippen, durch die falschen Waffen mitnehmen, egal, Beuzuge mitnehmen von Lord Sardin, von Lord Chex mitnehmen, Powerland-Photel ist aktiv und macht die Beuzuge auf jeden Fall fertig wegen Spitzenloot und probiert Waffen hin und her aus, ne, das ist auch ganz wichtig. Ich habe mich ein bisschen mit dem Powerland runtergezogen, aber macht nichts, wir gehen einfach los hier. Viel Spaß und zu gucken. Los, 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 los. Yann hier gleich jemand reinwurschelt hier mit irgendwelchen Mist. Boah. Wurschende kann ich mich nicht drehen mit dem Controller. Wo kommen die auf einmal alle her? Gibt's doch nicht. Na. Brotst nicht erwischt. Was war das? Zwei Zonen gehören euch. Oh, noch nicht mehr. Oh, ich werde ja geschossen. Oh. Boah. Nee, Lorenz hat mich in diese blöde Kacke da reingezogen. Die Explosion. Wieso gehen die nicht drauf? Achso, beim Fallabend die Träger ist. Da ist doch was passiert, ey. Da ist doch was passiert. Nein, nehmt. Oh, die lässt du von hinten. Von hinten. Sicherung, Kuber. Die vorne und die Zonen gehören euch. Da habe ich die gerade nicht erwischt. Jetzt hier sind ein paar mehr Leute. Die Flammen lodern. Findet eure Beute und erledigt sie. Ja, mein Polter wird es runter, ey. Oder die Polter. Das Heulen ist verstummt. Kehre in den Kampf zurück. Boah, ich habe fast mit so einer Schrote erwischt, Alter. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Ihr habt die Kontrolle. Zeigt ihnen, was das bedeutet. Ein starkes Statement. Oh. Mui, mui. Lorenz Antrieb. Geht doch nicht danach hin. Der hat den ganzen Super hingeschmissen. Sehr gut. Ja. Lass die Wölfe rohen. Die Jagd ist vorbei. Noch mehr Sphären. Zusammen kann euch nichts aufeinern. Ist this for the win? Alter. Die kommen alle von C zu A, ne? Du hast den Zonenvorteil. Über die Plattformen, ne? Von C und A kommen die. Okay. Das wäre für nichts, wenn ich diesen Zooter dahin zu fliegen. So war da hier nächstes Versprechen. Mal zeigen. Und die Dinger hab ich drin, ne? Mal auf dem Papier noch ein bisschen was ausgerüstet. Das müssen wir vielleicht so hier, da, da. Da, 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 so. Hm. Ich hab's vergessen. Oh, B wird eingenümmeln. Jetzt nicht mehr. Geh weg, du Wirbel. Geh weg, du Wirbel. Noch fünf Minuten, eine solide Taktik bis jetzt. Geh weg, du. Assists sind gut. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Wow. Das macht zwei. Ach, gewischt. Wuppi, wuppi, wuppi. Wuppi, wuppi, wuppi. Da hauen wir immer ein bisschen was weg. Was ist das? B wird eingenommen werden. Nein, vorbeigezübelt. Äh, wie weiß ich, Rollzüge? Oh, ist vorhanden. Sehr schöne Sache. Harry. B wird eingenommen werden. Oh, probiert jetzt alles. Äh, die hängen alle bei B rum, ne? Juhu. Juhu. Du hast den Zonenvorteil. Noch drei Minuten. Mach weiter Druck und du kriegst sie. Nein, Eiskram. Ich mag blaues Eis nicht. Oh, oh, ich glaube, ich kann eine Suche lernen. Du hast den Zonenvorteil. Nein. Äh. Es ist, ist auch gut. Es ist fast genauso gut wie ein Kill. Genau. Oh. Gut gekontert. Jetzt trifft sie nochmal. Das macht zwei. Du bist siegreich. So, das war jetzt ein bisschen besser als sonst, sagen wir es mal so, finde ich. Zumindest für mich war es eine gute Geschichte und, ähm, Statistik war jetzt auch okay. Ich habe, wie gesagt, mit Hunter gespielt und mit Kuba, äh, vorletzter und letzter Platz. Ist normalerweise nicht so, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und, ja, ich habe gespielt mit, ähm, hier einmal düsteres Versprechen, dann einmal die wichtigste Zutat. Gut, Hegemoni habe ich nicht gesehen. Da habe ich hier noch ein paar Sachen eingestellt und habe ich im Power Level ein bisschen runtergezogen. Damit die ein bisschen schneller gehen, äh, fertig werden die Beutezüge hier. Und, ähm, ja, probiert es aus, wie gesagt, ne, probiert es aus. Danke ans Team. Reingehauen, viel Spaß und zocken noch. Tschüss. Danke für den Support. Tschüss.